Ich heisse Oswald Denal und bin in Semnauen aufgewachsen, bin 1969 aus Semnauen ausgewandert und auf Chur gekommen. Das Musik machen war für mich immer ein Wohltag. Mir gefällt die bömische Musik hauptsächlich und dort bin ich happy. Und wenn ich so eine Musik mitmachen kann, das hat mich schon früher fasziniert. Ich bin jetzt seit 40 Jahren in der Musikgesellschaft Union und spiele dort mit dem Esshorn. Ich helfe abwechslungsweise auch noch mit den Fahnen aushelfen, wenn wir Feindrich zu wenig haben. Wir haben drei Jahre auf dem kantonalen Musikfest gearbeitet und es ist dann auch zum Wohltag genutzt. Ich denke, es ist gut genommen, wenn man nicht freut sich, dass es so gut rausgekommen ist. Ich denke, es ist gut, dass es so gut rausgekommen ist. Und dann kann man nicht so gut rausgekommen.